So. Gelbes Kraut, Gelbe und Diamant, diese Wiese brauchen wir euch auch nicht. Heben wir noch ein bisschen auf. Was? Neu? Warum probierst du nicht meine neue Waffe aus, Fremder? Könntet ihr das Leben retten? Nene, bin ich ja nicht so... nicht so ein Fan von. Na dann, was kann ich für dich tun? Na sag mal, Messer reparieren. Dann die Halbbarkeit, weil es doch recht wichtig ist. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Detailskrafts, wirst schon sehen, eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen, boah, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ja, Quatsch, zu viel. Kann ich sonst noch etwas kommen, jederzeit wieder? Das hier über seine Basis hat, ey. Sechseckiges Teilstück. Ah. Was ist das für die Tür gedacht? Wir gucken uns erstmal kurz um, dann speichern wir eh gleich da und dann kann man wahrscheinlich ins Wasser gehen, ne? Oder wir speichern jetzt und gucken dann mal. Da ist noch ein Fahrstuhl. Da ist noch ein Fahrstuhl drin, ne? Oh weh. Oh weh. Heißt wahrscheinlich für mich, es gibt drei oder vier Teile. Und dann lohnen sich alle Wege sowieso in dem Sinne. Was? Was? War hier grad was? Nö. Aber hinten ist noch was. Okay. Fehlte uns der Schlüsselführung. Warte. Ich führe einen Napoleon. Da ist er. Da ist er. Ups doch, ich hab dich gehört. Kleiner Bastard. So. Ähm. Oh hier rein können wir nicht, ne? Ne. Eine schöne Aussicht, aber es bringt uns nichts. Da kein Boot vorhanden ist. Vielleicht noch so ein 4 haben könnte. Ob noch irgendwas blau hier sein könnte? Oh Gott. Das hält mir auch gerade eins. Müssten wir auch noch nebenbei gucken. Ah, die Arbeit hoch. Ja, jetzt einfach mal am Fahrstuhl fahren. Keine Ahnung, was hier hingeht. Ich vertraue dir einfach komplett. Ich hab das nicht gefühlt. Ist glaub ich das erste mal, dass du dich auf dem Schießstand versuchst. Es gibt nur eine Regel. Schieß auf die Schießscheiben, die nacheinander auftauchen. Einfacher geht's kaum. Wenn du dich einigermaßen anstellst, lass mich mal springen. Der King Galicia, du weißt schon. Egal. Viel Spaß. Was? Was? War das im... Zerstörungst du die Piraten erreichen den Highscore Waffen und Motions sind unbegrenzt zu viel und dazu kostenlos. Basiert auf einem Erlebnisse Ereignis, die die verdienst du die Tongs... äh... Basierend auf deinem Ergebnis verdienst du die Tongs, mit denen du spitzen Preise gewinnen kannst. Preise tauscht die Tongs ein. Gegen Talismane. Mit kleiner Kostbarkeit bekommst du ebenfalls. Nur wenn du keine Falsche bescheiden hast. Du kannst nicht auf einmal mehr erzählen. Standard oder Mieter. Aha. Ralf ruhig, wenn du Matrosen erwischt, werden die Punkte abgezogen. Für manche City braucht es mehr als nur einen Schuss, bla bla bla. Äh... Okay. Ähm... Okay, wir probieren uns ne Runde. Das ist... Ah, mein Nase klettert. Verlass dich zu sehr auf eine einzelne Waffe und du stehst schnell ohne Munition da, Partner. Drei... Zwei... Eins... Lef los! Ah, traumhaft! Mensch! Okay. So geht das! Shit! Feierabend! Der wird hier unten, wa? Ich muss zugeben, wir haben dich unterschätzt, Partner! Okay, wir probieren uns mit jeder Eimer. Drei... Zwei... Eins... Leg los! Doppelkill! Du bist ein Künstlerpartner! Fantastisch! Oh Gott, ist das schwer! Du bist ein Künstlerpartner! Genau so! Das ist ja beschissen! Tö! Der Vorratnerschuss! Und das Spiel ist vorbei! Verrückt! Was haben wir? Ja! Ja! So! Versuchen wir uns hier nochmal, denn... Verrückt! Oh! Das hat aber schnell! Tö! Oh! Oh! Der ging in die eigenen Reihen! Ich befürchte, dafür gibt das Punktabzug! Kann ja sein! Oh! Oh! Das bestimmt! Ah! okay! Das ist doch ganz gut! Ich bin weg! Ich bin weg! Du... Doppelkill! Keine Ahnung, das ist so blöd. Okay, das ist am besten mit der Pistole. So, was haben wir jetzt aber für Kulis bekommen? Talismane können bliebige Schreibmaschinen über den Koffer angepasst werden. Bellas Schwestern gewöhnlich. 20% häufiger Herstellungsbonus auf Magnum-Munition. Okay. Wie viel verdien ich? Wir probieren es nochmal hier mit. Oh. Man. Scheiße. Oh. 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 Das wird nichts. Verdammt. Drei Ding. Ich glaube schon keine 7.000, oder? Ich habe trotzdem ein Krönchen verdient. Okay, einmal noch, aber dann müssen wir die Folge ein bisschen länger machen. Am besten reicht das. Hervorragende Schuppen! Nachladen! Hm, hm, hm. So geht das! Ha! Shit! Feierabend! Hm. Ich muss zugeben, wir haben nicht geschützt. Dann haben wir mich für einen Talisman sicher. 1, 2, 1, lebt los! Man! Fantastisch! Nachladen! Schlecht! Das ist nur, glaube ich, alles als eine für verlängern. In dem Sinne. Genau so! Mist! Schade! Mal schauen, wir sollen aufs Dynamit schießen für sowas, oder? So, so, so. So, habe ich jetzt aber drei so eine Teile, dann reicht mir das ja schon. Toll, ein. Okay. Reicht. Ist eigentlich egal, wir haben jetzt den Knopf gedrückt, finde ich jetzt den Knopf drücker. Komme ich wieder runter? Muss ich kurz testen. Sekunde. Ja. Also, ist vollkommen egal. Interessiert mich aber eigentlich nicht, was die Talisman normal ist. So, Koffer anpassen. Oh. Dann links. So. 20% Hilfe, Herstellungsbonus auf Magnum Munition. Warum nicht? Dann haben wir halt, wenn wir eine Magnum Munition mal herstellen, eine höhere Wahrscheinlichkeit. So. Ach, nicht. Die Diener kann ich ja nicht mehr mal einlagern. Das ist ja das Schlimme daran. Das und die Munition nicht. Ich glaube auch keine Waffen einfließen. So, da waren wir. Da waren wir. Dann gehen wir jetzt nach oben. Da kommen wir jetzt, glaube ich, endlich weiter. Ich werde die Folge jetzt noch ein paar Minuten länger auf jeden Fall machen. Und dann. Dieses Spiel muss ja da ein bisschen raus. So. Haben wir. Macht ihr da. Fifi füttern. Nein, Gott. Nicht Fifi. Scheiße. Das ist aber der Polizist, der unten im Keller lag, oder? Weil der ist nicht verbrannt. Verbrannt. Fifi. Das war Fifi. Neon, kennst du Fifi noch? Erinnerst du dich an 2005? Neon. Okay. Tauchen nicht gleich welche auf. So ist es nicht. Die lassen mich doch hier nicht alleine. So, was denn. Wenn das Bolzbenzin ausgeht. Das Bolzbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generatorverarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Ihr nehmt nur so viel, wie ihr braucht. Also ich alles? Obwohl ihr zu viel mehr braucht. Ich hab aber noch keine blauen Dinger gesehen. Leider nicht darauf verachtet. So. Kann man ein bisschen Ausschau halten. Mal ruhig mit so einer Pullen. Oh, höre. Mir war gerade nur so ein leichtes Klackern. Aber ich glaube nicht. So. So. Jetzt haben wir so eine Pause gucken, ob man lauschen muss. Ich will nur versuchen. Ups. Das ging schnell. Zwei Mal verpfiffst du schossen und Fischi macht dich platt. Das musste sein. Ist egal. So. Ne. Hatte ich jetzt eigentlich. Ist jetzt der Talisman dran hier. Ja. Wird dann nachher nochmal gespeichert schön. Fischi Kuss. So. Ja. Kennen wir ja. Kennen wir ja. So. Also jetzt noch Fischi Wille und dann. Aber ich finde es schön, dass das noch geht. Ich finde es noch furchtbar, dass wir noch keine Dinger erfunden haben. Also dann haben wir so eine blaue Dinger zuerstören hier auf diesem Gebiet, oder? Ähm, Aufträge. Ach, Medaillons. Ist doch wieder ein Grabstein, oder die blauen Medaillons war das jetzt, ne? Ähm, alle blauen, ja. Was ist hier oben drunter? Wahrscheinlich der Weg zum Granator, oder wir eh zum Boot runter müssen. Könnten wir erstmal hier oben den Weg nehmen. Ähm. Ist hier ein blaues Million. Schön. Ähm. Boah. So. Einmal Aufmesser am Katarikt. Reicht. Shit. Verdammt nochmal. Puh. Reicht euch ganz lieben. Ähm. Was will denn viel mehr jetzt, hä? Freudenbarsch mit. Hm. Stell gesund wieder her. Ist doch gut. Biss ich eigentlich nicht mehr die Karte nehmen? Aber wirklich? Wau. 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 gut. Muu. Boah. Bist du geckst. Boah. 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 Boah! Bisschen laufen Oh, ich krieg gleich mit einer, schade ich Tja Gucken wir erstmal hier unten So, Fiji Fiji, Fiji, Fiji